Hallo, heute mal ein ganz kurzes, aber recht lustiges Video. Es geht um die neue Konsole in der aktuellen Logbox und was die macht. Grundsätzlich hat sie relativ viele passive Fähigkeiten und auch eine Clicky. Die Clicky funktioniert, kann ich schon mal sagen, alles so wie es da steht. Aber die Clicky hat noch einen netten Zusatzeffekt und den möchte ich jetzt mal zeigen. Man sieht hier gleich recht gut, dass außer meiner alten Mietdrohne, die da feuert, eigentlich überhaupt nichts passiert. Das fängt jetzt an und sobald ich in Reichweite bin, drücke ich mal die Konsole und halte einfach an und schaue zu, was passiert. Ja, so. Das Ding fliegt natürlich erstmal ähnlich wie ein Torpedo und dann passiert das. Im Sekundentakt wird der Kubus einfach mal versetzt, weggeschubst. Und das Ganze 20 Sekunden lang. Die Richtung ist egal, mal senkrecht nach unten, mal diagonal nach links, so wie jetzt. Also, ja, ein ganz netter Effekt, kann man mit Sicherheit ein paar Leute ärgern. Ich weiß nicht, mit was für Zielen das noch funktioniert. Es ist mir halt nur hier aufgefallen. Müssen wir mal ausprobieren. So, das war's auch schon. So, das war's auch schon.